Hiiii! Jetzt geht man zu Herrchen. Guck mal, das war Leckerchen, die werfe ich mal, ne? Ja, die haben für ihr Geld nicht schlecht gearbeitet. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Wir nehmen uns dein Bestes mal vor. Mal lang. Und mal auf. Komm mal. Ich hätte mir schon gehört, was passiert ist. Na, ist ja schnell. Die Kerle haben ihn zusammengeschlagen. Attila! Attila! Staubsauger! Attila! Danke. Ja, klasse!